Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einer Runde Dead by Daylight zusammen mit Pada, Luna und Nes Vate. Hallo! Und ich bin das Glöckchen! Du hast den Geist genommen, ja? Der Geist soll ja am OP-sten sein. Von Peter Pan. Was ist der? Der soll ja am krassesten sein oder am schwersten. Ich bin den mit der Bärenfalle eigentlich am krassesten, weil der kann auf den Boden die Stritte noch sehen, also die roten Linien. Also wenn der in der Nähe ist, hat man kein Herz klopfen, sondern so ein Flüstern oder so ein Tuscheln die ganze Zeit. Also wenn der unsichtbar ist. Also achtet da drauf. Ich muss erst mal gucken, wie ich unsichtbar werde. Ja. Also hab erstmal noch keine Angst vor mir. Das ist die Proberunde. Du hast doch relativ schnell eingefuchst, wir kennen dich doch. Ja, genau. Einig, du bist natürlich. Einig, du bist natürlich. So. Ach guck mal, bin ich ein Hübscher. Ja auch. Ich hab heute mal den Nerdy genommen, mit der Brille. Gibt's eigentlich mehr als die zwei Maps, die wir kennen jetzt? Ja. Es gibt drei Maps, im Kornfeld gibt's auch noch. Drei, genau. Okay. Ein Bett im Kornfeld. Das ist übrigens immer random, die Map, die kann man leider nicht aussuchen. Das ist echt schade. Ja, das ist ja auch schade. Oh, jetzt bin ich unsichtbar. Das sieht cool aus. Ich bin jetzt auch schneller, ne? Hallo. Ja. Ja. Ich düse erst mal hier so rum, ne? Genau. Macht sich das, wenn man da eine Umgebung vertraut, Shiva? Obwohl, eigentlich ist es langweilig. Wir haben echt immer dieselbe Map. Ja, das stimmt. Wir haben wirklich immer dieselbe. Haben wir irgendwie kein Glück. Vielleicht gibt's die neuen Maps ja auch nur für Online-Spiele. Wer ist da bei mir gerade zufällig? Oh, shit. Fuck, 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 fuck. Kannst du dir schon wieder... Alter, direkt hinter mir, hinterher ist klar. Muss. Wie kannst du jetzt so schnell direkt wieder sein? Ich kann das. Wie hast du mich so schnell gefunden? Das gibt's doch gar nicht. Ich kann das. Verdammt. Verdammt, wie komm ich hier raus? Ich habe ein... Ah, verdammt. Eine Karte. Ich habe ihn verloren, ich habe ihn verloren. Ah, du hast dich all verloren, du Lugnerin. So, Zuschauer, da seht ihr mal, wie fies die Gute ist. Aua! Paul, ich will das nicht. Ja, ja. Vor allem mal hier. Wenn du am Haken hängst, dann komme ich mal irgendwie vorbei. Ich sehe euch, Leute. Du darfst natürlich aber nicht versuchen, dich selbst zu retten, weil dann stirbst du schneller. Boah, ich sehe jetzt gar nichts mehr, jetzt, wo ich hier den... Bleib einfach hängen, irgendeiner rettet dich schon. Also, ja, direkt. Das ist natürlich so klar, dass ich mir dann direkt nachfahrehe. Halt genommen werde, während ihr... Hallo! Hallo! Ja, genau, lauf weg. Hilf mir gar nicht. Hängst du schon am Haken? Jetzt. Ihr seid so gemein. Jetzt häng ich am Haken, ja. So, ich gehe dann mal die Nessi suchen. Hallo! Nessi, hau ab! Hol mich runter, hol mich runter, hol mich runter, hol mich runter! Hältst doch hinter mir her! Ist doch egal, das geht doch schnell! Warte, 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 warte! Luna, 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 Luna! Lauf weg, Nessi! Lauf weg! Oh! Oh! Ich bin das falsche Recht, suchst! Hallo Luna! Nein! Was soll ich denn? Was soll ich denn? Falsch! Was soll ich denn? Oh nein! Jetzt bräuch ich einen neuen Haken! Oh nein, das muss ich kämpfen! Nessi, rett ihn! Töne doch mich! Du hast das! Komm, stirb jetzt, dann kann ich ihn auch weg. Ich muss wegeln, ich muss wegeln! Nessi, kannst du mich runterholen? Versuch's! Halt mal auf zu wegeln, wegen mir bin ich gegen die Wand gerannt. Oh nein, nein, nein! Da geht! Oh Mann, oh Mann! Heile mich, heile mich! Warte, warte, heile mich! Ich heil dich! Du heilst mich! Gegenseitiges Heilen! Ah, das geht nicht, ne? Mieses. Mieses, kleines. Oh Gott. Mieses Lunachin. Ich heiße mich auch gleich. Nein, oh, zu weit. Luna, wo bist du? Hast du mir gerade eine geknallt? Alter. Ich bin irgendwo. Muss man auch Quick-Time-Events machen? Ich bin irgendwo hoch. Okay, Luna. Oh, 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 der macht sich unsichtbar. Okay, ich gucke mich um, ich gucke mich um. Ja. Hast du mir eine geknallt gerade? Die ist unsichtbar und rennt und sucht und lasst mal, macht mal weg. Okay. Hier, sie kommt, sie kommt. Ja, verprisst euch. Das Glöckchen aus der Entfernung, wie ich es da höre, ey. Meine Güte, ist das creepy. So, ich hole mich schnell. Lassi. Ich gehe schnell zu meinem Generator zurück, wo ich vorhin war. Lassi, bleib doch stehen. Ich will doch nicht mit dir spielen. Niemals. Die Schiefer ist so gemein, ey. Wie konntest du mich einholen? Ich bin halt cool und springe nicht durch Fenster. Mir egal, nehme ich auf den. Luna, wir müssen Lassi holen, ne? Ist ich schon am Hacken? Ne, ne. Ich lebe noch. Aber es ist knapp. Oh Mist, ich habe sie verloren. Nice. Versteck dich irgendwo, bleib da. Okay, mach ich. Bist du verletzt? Ja, leider. Ich sehe dich leider nicht, sonst würde ich kommen und dich heilen. Oh, halt. Ich habe dich immerhin einmal gehauen, ne? Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Bleib da, bleib da. Cool. Ich schaue mich um. Oh, ich habe die Glocke gehören. Oh, Vorsicht. Ihr habt die ganze Action, ich stehe nur und mache mein Ding. Lass. Au. Oh nein. Oh nein, jetzt musstest du es sehen, Sula. Fuck. Oh, guck mal, da ist ein Haken. Oh, ich habe keine Chance zu wegen. Sie bleibt noch nie, ich will hier helfen. Und jetzt so. Ach, da hinten. Und jetzt soll ich nicht versuchen zu fliehen. Mein Erstlistoffer hat mich völlig schwierig. Nicht versuchen zu fliehen, weil wenn du dich versuchst zu retten, dann verlierst du schneller HP. So können wir dich besser retten. Okay. Okay. Wo sind denn die anderen? Ich klebe an dem Haken fest, er ist gar nicht durch mich durch. Oh, hallo. Komm mit, 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 komm mit. Nein, 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 lass mich doch mal los. Komm her, komm her, komm her, komm her. Warte. Ah, ich finde das so cool. Versuch Nessi zu retten, ich, äh, wickel hier mir ein bisschen ab. Wickel, 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 wickel. Ich habe hier den Haken für dich reserviert. Nein, 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 nein. Doch, 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 diesmal kommst du an. Das macht doch Schulterschmerzen. Die Physio bezahlst du mir nachher. Ich habe den Haken, von dem wir kamen. Reinigungskosten. Danke sehr. Pst. Oh, ich habe das Gefühl, hier ist jemand entfleucht. Dankeschön. Yay. Mehr, Luna, komm, warte. Oh. Vorsicht, Vorsicht. Ich höre die Kacke. Da, Nessi. Sorry, ich habe deinen geknallt. Nessi, lauf weg. Ja. What the fuck? Mann, oh, Luna. Au. Nicht immer die Haare ausreißen. Bist du da weg? Ja, Entschuldigung, ich gebe mein Bestes. Nur die Zecken ziehen, nur die Zecken ziehen. Dankeschön. Das war der Versuch abzuhauen. Oh Gott. Oh, das war bestimmt schnell. Hier bin ich gleich fertig, Luna. Okay, ja, ich sehe schon. Ich gehe schon mal weg und hole den anderen. Okay, haben wir. Was? Was macht ihr denn jetzt hier? Ich habe auf einmal so viele, so viele Sachen hier. Erwartet. Oh, nein. Erwartet. Du bist aber auch ein gemeines Schiefer, ey. Gar nicht. Muss ich doch, muss ich jetzt einfach mal zum Ausdruck bringen. Das finde ich nicht korrekt von dir, was du gesagt hast. Okay, ich mache mehr Teamplay. Luna, wo bist du? Hey. Das war auch mal geil, so ein Team-Deathmatch oder so. Ja, ein paar Spielmodi kommen noch dazu oder so. Ja, denke ich auch. Die wollen sich jetzt erstmal, laut neuestem Update, wollen sich jetzt erstmal auf neue Killer und Maps konzentrieren, bevor dann irgendwelche Spielmodi mit reinkommen. Das war gar nichts, das hat keiner gehört, dass sie gerade passiert ist. Ich habe gesehen. Lassi, ist sie noch hinter dir her? Ja, ich denke. Nein, ich bin nicht hinter dir her. Glaube ich dir nicht, du. Glaube ich dir irgendwie nicht. Sie macht immer... Ich habe sie verloren. Das trau ich dir jetzt noch nicht, ich renne weiter. Verdammt mich. Mensch, mein Sichtfeld ist aber auch so eingeschränkt. Ja, ich finde das FOV, also die Sichtfeld, die Ansichtweise sehr krass bei diesem Spiel. Das hat mich beim Livestream auch total angekotzt, da habe ich als Kinder einfach nichts gesehen und niemanden gefunden. Ja, vor allem, wenn du dann auch noch niemanden trägst. Ja, aber das FOV ist trotzdem, ist ja recht schlecht, muss ich sagen. Wo bist du jetzt aber hergekommen? Soll ich die ja nicht verarschen, oder was? Ihr habt die ganze Action, ey, und ich schütze hier. Oh, nö. Party, halt durch. Durchhalten. Wir können dich leider nicht retten. Wenn du am Haken bist, dann bist du tot. Ich weiß gar nicht, wo ihr seid. Ich bin nicht am Haken. Ja, aber wir können dich ja noch nicht retten. Wir können dich ja nicht vom Killer wegschlagen, oder so. Das wäre cool, aber ist leider nicht möglich. Ach, Mann, ey. Das hat mich extra versteckt, jetzt kriegst du mich. Scheiße. Das ist doch gemein. Gut, der nächste Generator ist gleich fertig. Leute, ja, ich hatte auch fast einen Generator fertig. Kurz und kurz und fertig. Komm, hat mich mitgenommen. Das tut gemein, ey. Ja, ich bin gemein. Das tut mir leid. Übrigens, heilt euch mal gegenseit. Der Keller muss halt fies sein. Ja, es tut mir so leid. Es tut mir leid, dass ich dich auch geengt habe. Was, direkt? Kann ich? Ja, weil du schon zum zweiten Mal am Haken hängst, oder nicht? Okay, cool. Es fehlt nur noch ein Generator. Nein, 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 nein. Leute, du schaffst das. Ich habe nicht voll stark fort. Lass es nicht umsonst gewesen sein. Das kommt bei Ihnen. Ich will nicht zugucken. So, wir gucken jetzt mal zu. Luna. Oh, bei Luna sieht's. Ah. Ah. Nein! Aber der da hat. Jetzt ist nur ein knapp. Fuck you, fuck you, fuck you. Aber auch noch richtig knapp. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Nessi, mach deinen Job weiter. Ausgang, Ausgang! Ausgang, Ausgang, nein! Ich hab die, ich hab die. Hab die Luke! Ich will die Luke eröffnen! Mach mal die Luke auf! Wo hast du denn? Luna hat die Luke gefunden. Ich will die scheiß Luke. Es ist weg. Wiggle, 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 wiggle. Ganz kurz, was Nessi macht. Nessi, mach den Aufgang auf. Ja, ich mach gerade. Rette dich! Ist egal! Rette dich! Rette dich! Ich mach gerade offene Flucht, offene Flucht. Oh, oh. Oh nein! Ich bin tot. Mal weiter, mal weiter, mal weiter, mal weiter, mal weiter, mal weiter, mal weiter! Lauf! Lauf! Raus! Raus! Renn! Das ist so gemein! Oh nein, ey, scheiße! Das ist so gemein! Da hat sie uns doch alle gekriegt, wir hast im Dreck. Der Ausgang! Der Ausgang! Der Ausgang! Ich wiggle noch, ich wiggle! Oh mein Leben! Für mich war's das schon. Oh mein Leben! Nee, das ist aber fies. Das war so knapp jetzt. Das war echt knapp. Das war richtig heiß. Ach, schade, ey. Ah, klar. Ah, doch. Nein! Space Cups! Space Cups! Ich glaube, wir werden nicht um den Datans Tochter. Warum? Aber es ist doch gar keiner mehr da, der mich retten könnte, oder? Nee, deswegen. Nee, du kannst loslassen. Willst du kämpf mich dann? Fahr einfach in die Luke. Das ist cool. Das ist wirklich cool. Das war knapp. Ja, genau. Du weißt ja klar, dass du es cool findest. Ja, genau. Ihr gewinnt doch auch immer. Ja, komm. Ja, das stimmt. Man muss auch, der Killer muss auch mal wieder gewinnen. Passt du zu 6000 Punkte? Alter, ich hab's vorhin gerne nach vorne gemacht. Ich hab's ja nicht viel gemacht. Das war echt richtig nach oben. Das war so cool. Das war so cool. Aber dafür haben wir uns diesmal mehr geheilt und auch selber vom Haken runtergerettet. Das fand ich sehr gut. Ja. Ja, weil ich auch nicht gekämpft habe. Also rein von den Ereignissen ist schon mal ein bisschen was passiert diesmal. Ja, das war cool. Das stimmt. War eine Spannung. Ich hab auch diesmal nicht gekämpft. Ich war brav. Gruppe verlassen und neuer Killer. Alles klar. Das war wirklich gut. Dann sag ich mal danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss. Ciao.